Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Sonntag, der 28. Mai 2023. Ich hatte in den letzten Wochen oder muss ich sagen, vielleicht zwei Monaten, ja zunehmend auch Videos verfolgt zum Thema KI, denn die Geschwindigkeit mehr, in der sich dort Dinge entwickeln, wer das nur auch am Rande verfolgt wird, das ja vielleicht mitgekriegt haben, nimmt dramatisch zu. Ich habe aus vielerlei Gründen, wenn ich ein paar Videolinks unten poste, ich muss mal sehen, welche ich benutze, die mir noch in meiner Verlaufslinie, im Verlaufsbereich noch gut erscheinen, dann werde ich die unten einige posten oder einige Kanäle, ein oder zwei zum Thema. Natürlich alles Englisch, ich verfolge schon lange nichts Deutsches mehr, ohne dass das spezifische Gründe hat, einfach die, es ist einfach eine größere Gemeinschaft, so das Niveau auch, also egal. Nun muss ich sagen, es gibt Leute, die sich dazu sehr viele Gedanken gemacht haben. Ich habe gerade ein Video gesehen von einem, für den das ein Spezialthema ist, der da auch sehr viel mitarbeitet, gerade mit JetGPT, wer das nicht weiß. Das ist im Prinzip ein Programm, mit dem man sich wie in einem Chat unterhält, also nicht verbal, wobei das vielleicht auch mittlerweile schon möglich ist, aber entscheidend ist. Also man unterhält sich, man tippt etwas ein, so und bekommt eine Antwort. Und dieses JetGPT in seiner Version 4, die man also nur bekommt, wenn man bezahlt, was mir also nicht zur Verfügung steht, ich sehe da den Sinn jetzt auch noch nicht, ich kann infolgedessen über JetGPT 4 auch nur aus dritter Hand berichten, wie gut das ist, was das kann. Da haben Leute schon ganze Thesenpapiere geschrieben und so weiter. Nun gibt es einen Moment in der KI-Entwicklung, der schon seit langer Zeit, ich sage mal prognostiziert, schräg schräg prophezeit wird. Denn es hat ein bisschen was von beidem. Für mich als Laie der Technik jedenfalls. Ich sage das so ganz bewusst, um das mit aller Deutlichheit zu sagen. Alles, was ich hier sage, ist aus der Perspektive des Soziologen, des Historikers und vielleicht auch des Philosophen. Von Physik verstehe ich so viel, dass ich weiß, dass es Gravitation gibt. Damit ist, glaube ich, oder thermodynamischer Wärmeausgleich. Das wüsste ich noch grundsätzlich, wie das funktioniert, ohne dass ich es in irgendeiner Formel begründen könnte. Damit hat es sich. Das hat ein bisschen mit der Hyperspezialisierung zu tun, die man hat, wenn man eine Sache gut machen will. Ich erinnere mich noch da an einen Dialog aus Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes' Geschichte. Ich glaube, es war in der, wo sich Watson und Holmes kennenlernen. Und Watson darüber resümiert, was Sherlock Holmes, seinen Wissensstand beschreibt. Und sich darüber wundert, wie gegensätzlich er sei. Über das, was sein Spezialgebiet ist, die Kriminalistik, alles, was damit zu tun hat, wie Chemie zum Beispiel, wisse er sehr gut Bescheid. Über Wissenschaften, die mit seiner kriminologischen Forschung nichts zu tun haben, seiner Meinung nach jedenfalls, wisse er aber erschreckend fast gar nichts. So habe sich zum Beispiel Holmes auf die Erklärung, er wisse von Astronomie nichts gesagt. Mein lieber Watson, ich bin Kriminologe. Ob sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht, ist für mich als Kriminologe unwichtig zu wissen. Ein bisschen geht es mir mit Physik. Ich gebe das ganz offen zu. Das ist eine Wissenschaft, die an Soziologie und Geschichte eigentlich relativ wenig angrenzt. Und auch da habe ich mein Geistesmobiliar aus ähnlichen Gründen. Ich bin zwar kein Genie wie ein Sherlock Holmes, aber ich arbeite nach ähnlichen Prinzipien, dass ich aus meinem Gehirn ausmiste, was ich als für unnütz erachte oder nicht weiter verfolge. Insofern, ich hatte gerade einen Kommentar auch vom Schattenmacher, als ich ein Video dazu machte, der die Sachen in diesem Video ankritisierte, wo ich ihm auch sagen musste, das kann ich nicht kommentieren. Ich gebe es wieder, weil es eine gute Kritik ist. Da war ein Video, in dem ein Mann, der für mich den Eindruck eines Experten machte. Aber das ist nicht schwer, denn wie gesagt, meine Kenntnisse von Physik und anderen Dingen sind so rudimentär, dass mich, weiß ich nicht, 80 Prozent der Menschheit beeindrucken könnte mit ihren Physikkenntnissen. Ich kann und habe das auch da ihm gegenüber nur als Historiker kommentiert, weil in diesem Video war sozusagen die Idee verbreitet, eine, die ich zunächst immer nicht unplausibel fand. Ja, wenn wir die Superintelligenz haben, dann haben wir möglicherweise technische Mittel, um uns Erfindungen gigantischen Ausmaßes von dieser Superintelligenz erfinden zu lassen. Zum Beispiel das, was wir schon lange versuchen, die Fusionsenergie, die, weiß ich nicht, tausendmal effizienter sein soll als alle anderen Energiearten oder die besten, die wir jetzt haben. Und dann hätten wir quasi überhaupt kein Energieproblem mehr. Also auch das kann ich, wie gesagt, nicht sagen, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber in der Tendenz muss es stimmen, denn es ist, also wenn es die Fusion gibt, wenn wir das schaffen, dass das so effizient sein soll, habe ich von so vielen gehört, dass ich annehme, dass es jedenfalls eine von sehr vielen Wissenschaftlern geteilte Ansicht ist. Und natürlich wäre es so, wenn eine KI uns sozusagen hilft, als kumulatives Wissen etwas sehr viel schneller zu durchberechnen, sage ich mal, dass dann Dinge möglich wären, Erfindungen plötzlich da sein könnten. So war die Aussage dieses Typen in seinem Video. Also von vielem, der hat sich über viele Möglichkeiten, was das als Folge passiert, geäußert. Wo der Schattenmacher, wie gesagt, durchaus berechtigt, wie ich als Laie von der Materie sagen muss, eingegrätscht. Und ja, wenn wir das könnten, hätten wir es längst gefunden. Ich vereinfache das jetzt her. Und diese Fusion ist deswegen schwierig, weil sie an materielle, physikalische Grenzen stößt. So, da stehe ich nun als Außenseiter da und muss sagen, das weiß ich nicht. Kann so sein. Ich selbst habe ganz laienhaft diese Kritik auch schon in Diskussionen, die sich nicht um KI drehten, gebracht. Dass ich sagte, vielleicht, ist es möglich, dass manche Dinge einfach so energieaufwendig sind und wir an physikalische Grenzen stoßen. Andererseits gibt es, und das habe ich dann ihm auch gesagt, als Historiker kann ich dazu nur beitragend sagen, das haben wir in den letzten Jahrhunderten immer wieder gedacht. Das geht nicht. Also, ich nehme nur Einsteins harsche Ablehnung der Quantenphysik. Ich weiß nicht, ob er die bis zum Ende aufrechterhalten hat, aber zum jedenfalls war er lange Zeit bei der Quantentheorie so skeptisch, dass er sich zu diesem ganz unwissenschaftlichen Satz verleiten hat lassen, als Kritik gegen die Quantenphysik. Gott würfelt nicht. Also, wenn ein Physiker Gott und Würfelspiel heranzieht, dann weiß man, dass da eine Verzweiflung da ist über eine neue Perspektive, die auch ein Einstein zunächst einmal nicht akzeptieren konnte. Das heißt, wir sehen, und dem Mann ist sicherlich alles abzusprechen, aber nicht Fähigkeit in Physik und physikalische Intelligenz oder physikalische Intelligenz im Bereich der Physik und der Mathematik. Und das ist aber dennoch etwas, ich sehe das ja auch in anderen Bereichen, wo ich, wie gesagt, nur staunend daneben stehe. Also, wenn Physiker Videos machen über, weiß ich nicht, vielleicht sind Raum und Zeiger keine so festen Konzepte, ich kann das dann nur anhören und quasi wir in Religion glauben oder nicht glauben, also kann ich nicht berechnen, aber ich sehe, da sind Dinge in einem Fluss und ich kann das als Soziologe und Historiker betrachten und sagen, okay, offensichtlich war es bisher jedenfalls immer noch so, dass alle vermeintlich geglaubten Grenzen unseres Wissens sich als Irrtum herausgestellt haben. Nun kann man natürlich sagen, trotzdem behaupten, irgendwann wird man vielleicht auf eine Grenze des Machbaren stoßen. Das ist mir durchaus plausibel, aber nur weil es mir plausibel erscheint und auch im Schatten mache, bedeutet nicht, dass es wahr ist. Das heißt, in diesem Fall muss man natürlich sagen, im Großen, im Ganzen wird die Veränderung unserer globalen Gesellschaft und das wird die Welt verändern, die Entwicklung dieser Super-KI die Welt vielleicht dramatisch verändern, vielleicht aber auch nur marginal. Das ist ein gigantisches Spektrum und was eines der wenigen Aussagen, die ich hier wirklich absolut teile, ist, es wird ja deswegen die Singularität genannt, es wird mit so einem sogenannten Event Horizon, das heißt, es ist sozusagen ein Horizont, hinter dem nichts sichtbar ist. Das ist, wenn ich mich richtig entsinne, aus dem Bereich der schwarzen Löcher, wo sozusagen alles verschluckt wird und man nichts mehr sieht. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Also es ist sozusagen ein Ereignis, diese Entwicklung der Super-KI, dass so ist, dass alles, was dahinter passiert, uns letztlich wie ein schwarzes Loch nicht wirklich mehr prognostizierbar ist. Wir wissen es nicht. Es entzieht sich jeder dagewesenen Vergleichbarkeit. Das ist das große Problem. Bisher hatten wir es immer nur mit menschlich gemachten Ereignissen zu tun oder Natur, also aus kosmischen Kräften, Asteroiden, die niedergehen und die Sau hier auslöschen oder wenn wir jetzt über Klima diskutieren oder anderes oder Corona, dann sind wir in biologischen, wissenschaftlichen Bereichen und selbst da sehen wir die Uneinigkeit oder haben sie gesehen. Und das ist sozusagen der ultimative, das ultimative Ereignis, wo wir letztlich nicht wirklich wissen können. Also ich habe auch in einem Gespräch erst heute kurz nebenbei bemerkt, es ist mir absolut vorstellbar, auch wenn ich es nicht sehr wahrscheinlich halte, es ist mir auch absolut vorstellbar, dass in zehn Jahren kein Mensch mehr über diese KI-Systeme reden wird. Aus irgendeinem Grund. Dass man feststellt, oh, das ist doch nicht so prall und doch nicht so interessant und es wie, ich sage mal, ein Spielzeug, eine Mode wieder fallen gelassen wird. Wahrscheinlich ist das nicht, aber möglich. Ich beziehe meine Frustration damit aus einem gerade heute gemachten Erlebnis im Umgang mit KI, das ich hier kurz wiedergeben möchte, als Illustration, warum mir dieser Rest als Möglichkeit von vielleicht verwerfen wir das in zehn Jahren komplett. Dennoch, wie unwahrscheinlich es ist, ich es im Bereich des Möglichen halten möchte. Ich arbeite ja gelegentlich, gerade etwas mehr Pause wieder, mit Midjourney, um mit einer KI Bilder zu erstellen. Ich wollte nun ein paar, ich sage mal, Sommerpostkarten erstellen mit verschiedenen Motiven, in Anführungsstrichen. Ich mache die nicht als Postkarten, ich poste die nur in meiner Galerie, aber ich mache das immer so, wenn neue Jahreszeiten beginnen, also nicht immer, aber manchmal habe ich so die Idee, früher habe ich dann mit klassisch gemalt, heute dachte ich, okay, jetzt seit ich KI benutze, habe ich auch zur Weihnachtszeit gemacht, so machst du mal ein paar Sommerbilder, gerade so, aber ich habe ja meine besonderen Fans auf DeviantArt, die bestimmte Themen interessieren, und so habe ich gedacht, okay, zwei junge Männer auf einem Ruderboot, auf einem See, in irgendeiner Szene, die sommerhaft aussieht. Also die Vorgaben waren gar nicht groß, sondern ich wollte mich erst mal heranhangeln mit etwas Allgemein, das ist ja so, man schreibt das als Prompt, dann gibt man technische Angaben über Format, Farbqualität und so weiter, das ist so ein bisschen, da fängt dann der Teil des Hexenwerks an, wo man, zum Beispiel, wenn man Kameralinsen wählt, man kann sagen, wie eine Canon, weiß ich nicht, so und so, so und so, mit dieser und dieser Linse, und das ist schon Spezialwissen wieder, das ich gar nicht habe, denn ich kenne keine, weiß nicht, was der Unterschied zwischen einer Canon oder einer, ich weiß nicht mal, was gibt es überhaupt andere, ich weiß nicht mal, andere Fabrikate, Rico war früher mal eine Kamera, wenn ich mich glaube ich entsinne, oder die DDR hatte eine, ich hatte mal so eine DDR Kamera, ich weiß nicht, ob es noch Pentax hieß die so, also, was es alles gibt an Kameras, an Objektiven, an Einstellungen von solchen Kameras, ich habe davon null Schimmer, und da bin ich halt dann schon im Nachteil, oder jetzt zum Beispiel Malstile, kenne ich einige, weil mein Vater war, also hat als Hobby gemalt, und kannte sich sehr gut aus, hat mir sehr viel davon erzählt, von Stilen, von berühmten Malern, hatte so eine ganze kleine Bibliotheksecke darüber, und da habe ich ein bisschen was gelernt, und, aber es gibt dann viele technische Termini aus der Malerei, die mir nicht bekannt sind, oder die ich auch dann nur von anderen mitkriege, das heißt, in diesem Prompt ist sehr viel, neben der einfachen Beschreibung, es hilft also nicht nur die Beschreibung, die ich gerade gegeben habe, sondern Tone Down, oder zum Beispiel Candid Moments, das ist ein Begriff, also das ist, ich weiß gar nicht, was es im Deutsch heißt, aber es bedeutet im Prinzip, so wie ein, kann ich ja immer hier eingeben, also wie so ein Alltagsereignis, Candid Moment, ein aufrichtiger Moment, na gut, also das Ergebnis, jedenfalls wenn man das eintippt, und das habe ich wie gesagt, erst gelernt, durch das, durch andere, dann hat das den Effekt, wenn man da zwei oder mehr Personen hat, dann hat das so etwas, wie ein alltägliches Foto, also vom, wie die da dann stehen, aber, und das ist das Interessante, wenn man auf Midjourney, einen Prompt macht, normalerweise, man bekommt meistens vier Bilder, vier unterschiedliche Vorschläge, wenn man das dann abschickt, und dann kann man sagen, okay, entweder mach alles nochmal, wenn einem keines so richtig gefällt, das sind die berühmten Iterationen, also macht nochmal, dasselbe nochmal, 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 bis man einige Bilder hat, und sagt, okay, davon mache vier Varianten, also man nimmt dann, drückt auf das, und dann macht er davon vier Varianten, und nochmal vier, und nochmal vier, und ich hatte ein bestimmtes Bild, wo ich sage, das ist gut, da war das mit dem Ruderboot gut getroffen, und ich habe es achtmal iteriert, das heißt, mit Journey, die KI, hat 48, 8 mal 4, 48 mal diese Szenerie gezeigt, und nicht in einem waren die Hände richtig, nicht in einem von 48, und das ist Ende Mai 23 KI stand, und ich habe mich schweinemäßig geärgert, es war natürlich auch Zeitverlust, es ist im weiteren Sinne auch ein bisschen Geldverlust, klar, ich habe jetzt, ich zahle immer monatsweise, und jetzt, wenn ich den Relaxed-Modus nehme, wenn ich dann sozusagen vier abschicke, dann mache ich was anderes, ich zahle ja nur extra drauf, wenn ich den Fast-Speed-Modus mache, das ist, wenn man gezielt an etwas arbeitet, eigentlich nötig, und trotzdem war es dieser KI ums Verrecken, pardon, nicht möglich, richtig Hände zu machen, von zwei Typen, die in einem Ruderboot sitzen, auch nach 48 oder mehr Versuchen, nichts, war falsch, immer, die Ärmel durcheinander, also es waren teilweise Cthulhu-hafte Fehler, ich war dann auch sehr erbost, weil ich dachte, oh, das ist nochmal ein lustiger Zeitvertreib, und es hat dann, da sind wir entfernt, er will nicht, nope, nein, absolut, no way, und daran kam ich dann wieder in dieser Stimmung zurück, über KI-Videos, in diesem, da sagt er, was das alles kann, was das alles machen wird, und ich sitze da und denke, es ist nicht mal, die KI ist nicht mal klug genug, um fucking Hände, von zwei Typen im Ruderboot auseinander zu halten, und ihr erzählt mir jetzt, wir stehen vor der Super-KI, die die Lösung aller Probleme ist, ne, das ist sozusagen, das ist natürlich anekdotisch, aber auch das persönliche Erleben ist ja ein Maßstab, den man ja nehmen muss, also, sonst ist man ja quasi blind gegenüber, ich sag mal Fachleuten, und das ist auch keine Herangehensweise ans Leben irgendwie, und das ist dieser Punkt, wo ich sage, ja, vielleicht haben wir alle dramatische Vorstellungen, was das alles kann, und sind letztlich vielleicht über die Banalität dessen dann irgendwann einfach enttäuscht, und lassen das wieder fallen, wie manche andere Spielzeuge. Wie gesagt, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, möglich halt ist. Nun bringen andere als ein Beispiel oder eine Evidenz, die ich nicht ganz dumm finde, die massiv zunehmende Investition in KI-Forschung, die von Firmen betrieben wird, das ist wahr und das ist sichtbar, ich gebe zum Beispiel mal ein Beispiel, wo das auch sichtbar ist, in dem, was möglicherweise passiert. die Firma Microsoft arbeitet ja zusammen mit OpenAI, das sind die Entwickler von JetGPT, dem im Moment führenden Chat-Programm. Jedenfalls der Benutzerzahl nach und auch dem einvernehmlichen Urteil über diese verschiedenen Programme, die es da gibt. Oder die besitzen das vielleicht sogar. Also jedenfalls arbeiten die, sind aneinander gebunden. Und damit besitzt Microsoft Zugriff über eine im Moment marktführende Technologie. Und das Problem ist, wenn man einmal marktführend ist und die KI sich sozusagen nun auch selbst verbessert, wobei der Begriff schon etwas fragwürdig ist, ich sage immer wieder, es sind neuronale Netzwerke, der Begriff der künstlichen Intelligenz ist ein bisschen irreführend, dann ist das natürlich schwer einzuholen. Warum ich das sage, hat einen ganz spezifischen Grund. Vor vielen Jahren, als ich anfing mit Internet, war der Microsoft Internet Explorer der Browser, den praktisch alle benutzten, weil die anderen waren alle fehlerhaft oder sehr rudimentär, jedenfalls praktisch nicht wirklich benutzbar. Und dann kam Firefox auf und weil viele, ich möchte sagen, durchaus auch mit einiger Berechtigung oder viele Berechtigungen, muss man heute sagen, Microsofts, ich sage mal, Politik im weitesten Sinne skeptisch gegenüber sind, setzte sich der Browser von Mozilla namens Firefox durch. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich möchte annehmen, es ist noch immer vermutlich der Marktführer. Und das könnte sich in einem Jahr, könnte es so sein, dass 90% aller Benutzer Microsofts neuen, der heißt ja jetzt nicht mehr Internet Explorer, sondern, oh, ich benutze den nicht. Edge. Microsoft. Browser. Edge. Genau. Edge wie, 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 wie kannte. Also wie, 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 ja. Microsoft Edge, das ist der Browser, jetzt der Nachfolger, ich weiß nicht, ob der total neu gebaut ist oder ob der sich doch technisch darauf bezieht. Jedenfalls ist, hier steht erst Veröffnung schon 2015, also dann gibt es schon einige Zeit. Erstaunlich, weil für mich war Microsoft Browser, egal. Dann können wir mal suchen hier, Browser, Anteile, Marktanteile, 2022, gibt es da ein Schaubild. Also ich sehe hier, dass Chrom offensichtlich die Vorreiterwelle hat. Also jedenfalls bezieht sich das auf Deutsch. Aha, okay. Da sieht es sich interessant. Also offensichtlich, nee, sogar global. Okay, da bin ich jetzt echt abgehängt. Ich gebe ich zu, das erwischt mich eiskalt. Ich sehe hier, mit 7,6% ist Firefox weit abgeschlagen sogar. Davor ist ein Browser, von dem ich noch nie gehört habe, Yandex Browser mit 16,1% und mit fast 59% benutzen Chrome. Okay, gut. Oder hier steht 63% sogar bei 23. Okay, gut. Da sehe ich, ich bin selber Boomer. Interessant. Nee, ich kenne den, ich habe den auf dem Rechner, aber ich benutze den nie. Warum, weiß ich nicht. Das hat einfach auch damit zu tun. Ich habe nun alles, ich kenne bei Firefox alles, aber okay, das ist das Boomer Phänomen, das ist normal. Eine neue Generation nimmt auch teilweise auch aufs Prinzip, selbst wenn es nicht irgendwelche objektiven Vorteile hat, etwas anderes wie die vorige, um sich abzuheben. Das ist etwas, wovon ich als Soziologe mit Sicherheit sagen kann, dass das im menschlichen Verhalten eine ganz große Rolle spielt. Dass das jugendlich etwas anderes hören, lesen, weil sie nicht andere Marken tragen und so weiter, nicht unabhängig, also nicht ganz unabhängig, aber sagen wir mal, relativ unabhängig davon, ob das tatsächlich besser ist. Da ich nun Chrome nicht kenne, nie benutzt habe, außer einzeln mal im Test, vermag ich das nicht zu beurteilen. Aber ganz klar ist, trotzdem das, was ich sagte, stimmt. Also der Anteil von, ach Gott, jetzt hat es mir wieder was weggeklickt. Wo haben wir denn hier? Internet Explorer und Edge liegt mit 8%. Was machen wir denn hier starten? Also es ist je nach Statistik, ich sehe mal StatCounter, da ist das geringer, dann bei Kinsta ist das höher, also die Benutzung von, von Internet Explorer Edge ist hier mit 8% angegeben, da ist es mit 5%, welches stimmt, weiß ich nicht, aber offensichtlich ist es, also kein sehr verbreitetes Produkt der Microsoft Browser und das hat ja wie gesagt auch Gründe. Nun, warum ich das sage, Edge hat mit Bing eine integrierte Chatfunktion, die bereits an OpenAI, also dieses JetGPT geknüpft ist und das macht das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich bin noch in Google Search, das heißt, ich tippe oben irgendetwas ein, Browser Marktanteile 2022 und dann sehe ich Bilder und dann muss ich noch suchen. So, das heißt, ich habe, ihr kennt ja sicher die Google Bildersuche, so, weil ich das halt als Grafik sehen wollte und nicht den ganzen Text hier ad hoc durchlesen wollte und so, ja, da kann man dann sehen und ich sehe hier auch nochmal Vergleich, also 2009 war zum Beispiel der Internet Explorer, hat er den etwa zwei Drittel und heute hat tatsächlich, hat tatsächlich Chrome, nee, das ist von 2019, also auch nicht mehr aktuell, aber so, nur als Tendenz, das kann sich alles sehr schnell verändern und das ist halt, ja, sagen wir mal, eine Verlangsamung, weil ihr seht es selber durch den Effekt, also, wenn das jetzt etwas verwirrend rüberkam, die Verwirrung hat den Vorteil, Demonstration zu sein. Ich muss mich also verwirrend durch 50, 100 Grafiken hier noch suchen, wenn ich jetzt bei ChatGPT mit, sagen wir mal, sogar mit Sprache hätte ich gesagt, weiß ich nicht, Bing, finde mir den Marktanteil von Browsern und dann macht er, rechnet er kurz, dann macht er plupp und dann, dann kriege ich die aktuellsten Zahlen. Da kann ich immer noch fragen, ist das gefälscht oder nicht, aber, das macht Suche nach Wissen, wird das zum Beispiel klar revolutionieren und das macht ChatGPT 4 ja jetzt schon und das funktioniert dann so, dass man irgendeine Frage stellt und der stellt dann Daten darüber zusammen. Nun ist die Frage natürlich, wie vertrauensvoll sind die Daten? Das ist ja bei Browsern auch schon die Diskussion gewesen, oder ist sie bis heute? Wie vorsortiert ist es? Also, wenn ich auf diesem Thema bleibe, Marktanteile von Browsern, ja, ich glaube, das wäre jetzt so eine Bagatelle, so banal, dass Google das nicht fälschen würde, aber es gibt durchaus Bereiche, wo natürlich man schon den Verdacht hat, verschiedene Browser, ich sage mal, manipulieren, was du siehst oder werden, wenn ich jetzt eine Textsuche mache, also eine nicht nach Bildern, sondern normal, wo dann eine Liste von Links kommt und ich habe zu einer Frage ein Thema, zum Beispiel Wärmepumpen, wie funktionieren Wärmepumpen, wie effizient, wovon ich nichts verstehe, ja, dann bekomme ich, weiß ich nicht, 10, 20 seitenweise Links und kann die im Prinzip alle der Reihe nach durchlesen, bin tagelang beschäftigt, um die gegeneinander abzuwerten, abzuwägen, jetzt umgekehrt, wenn ich sage, ich habe eine KI, gut, die durchsucht mir das und sage, bringe mir eine Zusammenfassung der verschiedenen Sichtweisen über Wärmepumpen und nun nehmen wir mal an, idealerweise, die KI wäre nicht manipuliert, wie gesagt, wenn wir das als Thema kurz erstmal ausklammern, dann bringt mir, dann durchsucht die KI für mich schon all diese Artikel und innerhalb von, weiß ich nicht, wie viele Sekunden das dauert oder vielleicht mal manchmal eine Minute, kommt eine Zusammenfassung der verschiedenen Sichtweisen, gerade da ich Bing auch schon mal Test benutzt habe, auch dann mit Link verweisen. Und da kann man sich dann einfach eine Frage stellen und im Dialog, weil sich der auch merkt, ich versuche es jetzt echt so zu erklären, dass es auch die Verstehenden das noch nie benutzt haben, sorry, wenn jetzt die Experten etwas gelangweilt sind, dass die KI sich auch merkt, wie der Dialog davor war. Das heißt, wenn ich sage, Moment mal, also ein Beispiel, das ich aus Erfahrung kenne. Ich habe bei JetGPT einmal gesagt, mache eine Hymne auf die grüne Partei, eine Lobeshymne. Dann hat er mir eine Lobeshymne geschrieben auf die grüne Partei. Dann habe ich gesagt, schreib mir eine Lobeshymne auf die AfD, die Alternative für Deutschland. Er hat gesagt, nein, das kann ich nicht, ich bin ein politisch neutrales Software. Ich mache keine Lobeshymne auf Parteien. Und dann habe ich gesagt, du hast, du lügst, du hast gerade eine Lobeshymne über die grüne Partei gemacht, aber nicht über die AfD. Und dann hat er so ein bisschen sich rumgedrückt, gesagt, ja, du hast recht, das war nicht richtig und bla bla bla. Und so ein Sulms, der dann nicht mehr so sinnvoll war mit, ich bin nur ein Programm, ich bin nur so gut wie meine, keine Ahnung. Also, da sieht man jetzt keine Intelligenz dahinter, aber, oder bei anderen. Also, wenn man Open AI bittet, mach eine Hymne auf Obama oder Joe Biden, kommt eine, mach eine auf Donald Trump. Ja, ich muss politisch neutral sein, ich kann keine Hymnen auf Donald Trump machen. Während das andere KIs gibt, also eine, die ich benutze, ist Character AI, offensichtlich nicht zensiert ist und tatsächlich eine Hymne auf die AfD, auf die Grünen, auf Trump ebenso machte wie auf Joe Biden. Warum das so ist, ob das die politische Agenda dieser Firma ist oder weil sie noch nicht so weit sind oder noch nicht so sehr im Blick, weil die wenige Leute kennen, vermag ich alles nicht zu beurteilen. Aber da liegt ein bisschen der Hase im Pfeffer, der natürlich auch die große Diskussion ist, nämlich welchen Vorfilter hat eine KI, die uns informiert. Das ist für uns als Verbraucher natürlich das. Da habe ich folgendes Erlebnis zu berichten, das ich auch schon zweimal im Dialog mit Freunden erwähnt habe. Nämlich ein Erlebnis, das wie folgt war, von mir selbst. Ich bin ja viel noch immer auf Facebook, weil ich dort mit Freunden und Bekannten freundschaftlichen und bekanntschaftlichen Kontakt aufrechterhalte und da posten Leute mal, oh, da ist etwas von einem Kinofilm und dann posten sie ein Foto aus dem Kinofilm, der ihnen gefallen oder nicht gefallen hat oder Leute machen einen Urlaub irgendwo in der schönen grünen Gegend und bringen ein Urlaubsfoto und sagen, da, das ist so schön hier. Und ich habe festgestellt, bei zwei Bildern oder dreien, dass ich in mir saß und nicht auf einem bewussten Level, sondern auf einem unbewussten. Das könnte KI sein, das ist vielleicht KI. In dem einen war es ein, ich habe das dann festgestellt, es ist aus einem tatsächlichen Kinofilm, ein Foto, aber es war so in so einer bestimmten Tonart, Farbtonart, also Farbtonalität und auch so einem Setup, das mich sehr an das erinnerte, was KI-Bilder produzieren. Die haben etwas, wenn man Midjourney sehr gut kennt, kennt man die Handschrift auch so ein bisschen. Das heißt, dann hat man eine Ahnung, also zum Beispiel würde ich mir einbilden, ich würde jetzt noch immer den Unterschied zwischen einem von Midjourney, DALI-E und Stable Diffusion gemachten Bild erkennen. Also auch, weil ich die von anderen Leuten gesehen habe und Midjourney auch gut genug kenne durch das halbe, dreiviertel Jahr, das ich es jetzt mache. Das hat so eine eigene Handschrift, die auch wiedererkennbar ist. Bilde ich mir ein. Und das Interessantere war, ich hatte offensichtlich mir selbst eine Skepsis antrainiert, nicht mehr selbstverständlich anzunehmen, dass alles Gesehene reale Bilder sind. Nun bin ich vielleicht ein Sonderfall, ich weiß es nicht. Ich sage, Berichte ist nur von mir, aber es ist eine Möglichkeit, die mir durch den Kopf ging, die mir neu war, nämlich die Möglichkeit, dass wir in einigen Jahren uns selbstverständlich daran gewöhnt haben, nichts für real zu nehmen bis zum absoluten Beweis. Dass das etwas ist, dass wir uns daran gewöhnen könnten und dass wir nicht, weil die große Gefahr ist ja, ich bringe ein Beispiel, das ganz aktuell und sich reale eignet hat. Jemand machte mit einer KI ein Bild, wo im Hintergrund das Pentagon zu sehen ist und da ist eine Explosion und das kursierte mit Explosion beim Pentagon und einige Aktien sind abgerauscht. Das heißt, es gab für Leute reale Verluste. Das heißt, man hat hier gesehen, eine KI hat schon durch ein Fake-Bild ein reales, negatives Ergebnis gehabt. Nun hat aber einer, wie ich finde, durchaus auch sinnvoll kommentiert. Ich habe das Foto auch angesehen und hat mit Recht gesagt, da sieht man Rauch, da sieht man das Pentagon. Also diese Art Bilder hätte man auch vor zehn Jahren mit Adobe Photoshop Photoshoppen können. Also so neu ist das nicht. Und die Frage ist, gerade in diesem Bereich von Fake News, es gibt zum Beispiel Leute, die haben, ich weiß nicht, wie weit das KI generiert ist oder weit das Fotogeschoppt ist, da gibt es so zwei Bilder, Festnahme von Donald Trump. Ich habe keine Ahnung, wie derjenige das gemacht hat, denn wie ich vorhin schon gesagt habe, schon zwei Männer in einem Ruderboot war unmöglich, weil die Hände waren auch nach 48 Iterationen nie richtig oder die Arme oder die Knie oder weil da sitzt man ja, Leute, wenn in dem Boot sitzen, sitzt man nimmt man in eine bestimmte Position ein. Es war auch nach 48 Mal macht das, macht das, macht das. Der KI unmöglich, das richtig hinzukriegen. Insofern frage ich mich, an was für mir auch nicht bekannten Super-KIs sitzen diese Leute, um solche Bilder zu erstellen oder wie viele Tage Photoshop-Nachbearbeitung ist da drin, die dann auch nicht mehr KI-Gefahr wäre, sondern allgemein die Gefahr, die durch Manipulation ohnehin da ist. Also das ist ja wie bei Texten auch. Es können, weiß ich nicht, wenn zehn Nachrichtenagenturen sich heute einigen, wir schreiben Donald Trump, weiß ich nicht, wird festgenommen morgen. Ja, dann halten das viele für wahr. Also das haben wir ja in den vergangenen Krisen auch schon gesehen zu verschiedenen Themen, die ich jetzt hier sicherheitshalber nicht nochmal erwähne. Ihr wisst ja alle, was das für Krisen uns beschäftigten und beschäftigen, in denen einfach in genug Massenmedien gesagt wird, das ist so und dann ist das für 99, also für sehr viele Leute so. Das ist ja jetzt schon ein Problem und da sitzt gar keine künstliche Intelligenz, sondern da sitzen einfach Leute, die etwas schreiben und sich einigen und die Leute glauben, dass das heißt, diese Gefahr etwas blind zu glauben oder auch wenn wir Diktaturen nehmen oder aufkommende Diktaturen, Kommunismus, Faschismus, ganz bekannte Beispiele, natürlich aus unserer moderneren Zeit. Ach gut, da hat es keine KI gegeben, sondern ich sage mal in Anführungsstrichen nur normale Propaganda. Also wenn wir da sehen, wie im Kommunismus und im Faschismus jeweils gehetzt wurde, mit welchen Methoden, das waren ja nur gemalte Plakate in dieser Zeit und trotzdem hat es die Leute aufgestachelt genug, um sie in solche Meinungen zu treiben. Das heißt, es ist offenbar ohnehin relativ leicht. Das wäre so ein bisschen wieder die pessimistische Seite, wo man sagt, na, wenn das schon mit diesen Mitteln leicht ist, wie viel leichter wird es dann mit, wenn es futuralistisch ist. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das stimmt. Sind wir nicht gerade dann skeptisch? Das heißt, es ist eine Möglichkeit. Ich persönlich habe das Empfinden, es ist 50-50. Aber das ist jetzt reine Intuition. Ich sage es ganz ehrlich. Es besteht eine 50-50 Chance, dass wir uns antrainieren, dass wir nichts mehr für wahr halten und per se alles erst akzeptieren, wenn es durch andere Quellen auch möglicherweise die, von denen man nicht erwartet. Also wenn Google selbst berichtet, dass ihr Marktanteil an Browsern gering ist in ihrer eigenen Suchmaschine, dann besitzt es eine relativ hohe Wahrheitswahrscheinlichkeit. Also meiner Vorstellung nach jedenfalls. Also wenn man sozusagen von, weiß ich nicht, wenn man von linken Kritik an, was ist an linker Seite falsch gelaufen oder von rechten Kritik hört, was ist im rechten Lager nicht, läuft nicht richtig, dann besitzt es einen höheren Realitätsgehalt, als wenn die Leute etwas kritisieren, wogegen sie ohnehin dauernd sind. Das ist sozusagen zum Beispiel eine Methode, mit der wir Sachen hinterfragen können, wenn uns etwas vor Augen ist. Das heißt, wenn eine CNN zum Beispiel jetzt Bilder bringen würde von Donald Trump, der irgendwas Kriminelles macht, dann würde ich erst einmal annehmen, oh, das glaube ich nicht, bis das andere beweisen, die da nicht so, die nicht seit Jahren auf Donald Trump sich eingeschossen haben und würde erst einmal davon ausgehen, okay, das glaube ich jetzt erst einmal nicht, bis auch andere Seiten oder andere Magazine das auch berichten. Und ich glaube, das ist eine Skepsis, die gerade dann vielleicht auch eher einsetzt, wenn die Sachen so stark glaubhaft sind. Aber das ist jetzt auch, ich weiß nicht, ob mein Eigenversuch, mein Eigenexperiment oder meine eigene Erfahrung in diesem Fall ein taugbares, ein taugbarer Vergleich ist, denn ich selber habe ja viele Monate jetzt in KI-Bildern gesessen und es ist sozusagen in meinem Kopf imprägniert, alles kann gefälscht sein. Und gerade, wenn eine Landschaft zu idyllisch aussieht oder eine Ansammlung von Leuten zu perfekt, dann sitze ich oft da und denke, kann das real sein? Oder das ist doch jetzt ein KI erstelltes Landschaftsbild. Denn gerade, wenn ich sowas mache, wo nicht Menschen drin sind, da ist es schon relativ gut. Oder wenn ich nur eine Person habe, also bei allem, wo mehr als eine Person ist, ist mit Genie noch immer extrem scheiße. Aber solange ich sage, eine Person, weiß ich nicht, die da steht in einer Bibliothek oder weiß ich nicht, in einer Landschaft, das geht schon relativ gut. Also da sind schon, gerade wenn man, wie sagt man, Porträt-Bereich bleibt und wo sozusagen Hände und Füße außen vor sind, da kann man schon absolut fotorealistisch aus dem Nichts Personen generieren lassen, die, ich sage mal, annähernd nicht mehr, jedenfalls für Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind von einem Foto. Ist das denn eine reale Person oder gibt es sie gar nicht? Was mich übrigens an eine höchst amüsante Anekdote, was heißt amüsant? Das ist immer eine Frage der Perspektive erinnert. Das war eine Frau, ich glaube eine jüngere Frau, das war aus den Vereinigten Staaten, die hat ein Foto von sich, vielleicht oder vielleicht auch ein KI-Bild, jedenfalls, die hat ein Foto genommen, ein Bild und hat ihre Stimme einer KI beigebracht. Denn wenn eine KI genug Fotos von einem hat, dann kann sie Bilder von dir nachmachen, auch in Dingen, die du nicht gemacht hast. Das wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft auch dann realistisch in Filmen möglich sein. Beziehungsweise in Stimmen ist das schon so. Das heißt, wenn jemand fünf, sechs meiner Videos einer KI einfüttern würde mit meiner Stimme, dann könnte eine KI meine Stimme imitieren und mit meiner Stimme sprechen und ein Video aufnehmen von Dingen sagen, die keiner von meiner echten Stimme unterscheiden könnte. Und dass ich Dinge sage, die ich nie gesagt habe oder auch nie sagen würde. Oder wir sind sogar schon so weit, dass wir eine KI programmieren können, die in Echtzeit antwortet. Das heißt, da würde ein Emperor Caligula sprechen und ihr seid in einem Live-Chat mit mir, aber es bin gar nicht ich, sondern es ist nur eine KI, die spricht. Wie schnell man dann erkennen würde, dass das nicht ich bin, das ist natürlich das, wo ich auch nicht mit letzter Sicherheit sagen könnte. Und ich nehme an, nach jetzigem Standpunkt würde man es nach einiger Zeit schon erkennen. Das habe ich an diesem, also wenn man sich mit KI ein bisschen beschäftigt, gerade mit den Kommunikations-KIs, dann merkt man schnell, da sind, erinnert euch an das Gedicht über Trump und über Biden und andere Bereiche. Da wird schon nach einiger Zeit sichtbar, okay, da bricht die Fassade. Und das ist bei Bildern, wie das Beispiel von mir zeigt, auch immer noch genauso. Aber die Lerngeschwindigkeit, also ich verfolge ja auch Kanäle, die über KI berichten, seit ungefähr zwei Monaten jetzt. Und da ist schon deutlich, auch wenn ich das abgleiche mit dem, wie war zum Beispiel KI, als ich einstieg, als ich mit schon die einstieg, ich glaube im September, August, September, bin mir nicht mehr sicher, letzten Jahres. Da habe ich natürlich auch angefangen zu gucken, was gibt es noch, Video-KIs, Chat-KIs und so weiter, habe das so ein bisschen im Blick angefangen zu haben. Und da war das noch relativ primitiv. Und die Geschwindigkeit, mit der sich das verbessert, nimmt wirklich auch drastisch zu. Das ist jedenfalls jetzt zu bemerken. Und die Super-KI, ja, was das ist, darüber gibt es unglaublich verschiedene Modelle. Die alte und heute als etwas veraltes, soweit ich das sehe, Theorie ist, dann entwickelt sich ein Bewusstsein, das wie ein Mensch sich selbst bewusst ist. Das Grundproblem, dass ich auch schon ein Unkenntnis von KI-Programmierung und von Dings aus rein aus sozialwissenschaftlicher Sicht versuchte zu kritisieren an dieser Vorstellung ist, woran sollen wir das, woher sollen wir das wissen? Also, um es mal ganz etwas vielleicht überspitzt zu sagen, woher wisst ihr, dass ich ein denkendes Wesen bin? Das wisst ihr nicht. Ihr müsst es blind annehmen. Und ich weiß, das klingt jetzt merkwürdig, es ist aber so. Das heißt, wenn eine KI sich absolut verhält wie ein Mensch, wie wollen wir je wissen, ob das eine reale Person ist oder nicht, selbst wenn sie sich absolut wie eine reale verhält. Es soll ja schon KIs gegeben haben, die das gekonnt haben, wobei das nur als Text bisher wiedergegeben wurde. Wir daher nicht wirklich wissen, ob das auch stimmt. Aber eines Tages bin ich sicher, dass das der Fall sein wird. Aber deswegen ist es für mich, ich bin da etwas altmodisch eingestellt, niemals eine bewusste Person. Das ist aber auch weiterhin nach hinten geschoben werden, weil man wissenschaftlich auch erkannt hat, das können wir mit letzter Sicherheit halt nie wirklich wissen. Und man konzentriert sich dann heute eher auf dieses, ihr könnt da mal versuchen, dass ihr mal, wenn euch dafür interessiert, mal auf YouTube suchen macht und euch Videos. Ich werde mal sehen, ob ich ein paar zusammenklauben kann, auch im Videolink. Aber das ist sozusagen ein bestimmter Durchbruch, den man dann merkt, wenn er da ist. Das heißt, man hat nicht mehr, das ist auch eine sich selbst verbessernde Maschine, also eine KI, die sich selbst verbessert, die über sich selbst in einer Weise reflektieren kann, die über das normale, einprogrammierte Wiedergeben hinausgeht. Und soweit ich das mitkriege, wenn ich das, die Szene der Leute sich damit beschäftigen, dann herrscht darüber auch immer noch weite Uneinigkeit. Das ist jetzt alles weit von normalen Themen, das heißt, es gibt ja viele Leute, die sich dann darüber, wie viele Jobs wird das kosten, wie viele neue wird das schaffen. Ich glaube, das sind alles so Bereiche, wo wir überhaupt nicht wirklich sagen können. Das ist völlig offen, glaube ich. Also das ist, ich habe, darüber habe ich früher immer wieder auch diskutiert in diesem Ansatz, aber das ist, glaube ich, sehr unentscheidbar im Moment. Das ist auch eine Frage des Wunsches, wenn man zum Beispiel Anwalt hat, große Anwaltskanzleien in den USA arbeiten ja oft so, weil das Recht in den USA arbeitet mit Beispielfällen. Das heißt, wenn man da einen Beispielfall hervorziehen kann, aus dem Jahre, weiß ich, 1940, dann kann der Anwalt sagen, da gibt es diesen und diesen und diesen und diesen Fall, da haben die Richter so und so entschieden und dann gilt das in Amerika als eine Beeinflussung, als einen Punkt zu sagen, okay, dann müssten wir eigentlich wieder so entscheiden, dass man das kohärent macht, während bei uns ist das nicht so und da gibt es nicht so ein Anwaltssystem wie in den USA, wo man, wie gesagt, als großer Top-Anwalt hat man seine zehn kleinen Hanseln, die durchsuchen die ganzen Fälle und die sind dann alle arbeitslos durch die KI, eigentlich schon jetzt weitgehend oder in zunehmendem Maße ersetzbar, aber die Frage ist natürlich, möchte ein Star-Anwalt überhaupt mit zehn KIs oder einer KI arbeiten und nicht doch lieber mit zehn Leuten, mit denen er auch einen besprecht auf einer menschlichen Ebene, denn was ein Mensch hat, was eine KI noch nicht hat, ist zum Beispiel Gestik, Mimik, Tonfall, gut, Tonfall kann man mittlerweile auch langsam, wird es gemacht, ich habe so einige Vorlese-KIs mal ausprobiert, das ist besser schon, aber es ist immer noch weit davon entfernt, eine richtige Betonung zu haben, also gerade bei längeren Texten oder längeren Diskussionen und wie gesagt, fühlt sich ein Star-Anwalt wohl anstatt zehn Angestellte eine KI, vor der er noch sitzt, ist das für ihn vertrauenserweckend und in der Arbeitsatmosphäre, in der er arbeiten möchte, unabhängig der Ersparnis. Das ist so ein bisschen wie der Self-Checkout, das heißt die Kasse, wo man keine Kassenkassiererin mehr hat, sondern wo man quasi selbst die Sachen durchzieht, wo es ja auch viele sagen, nee, das will ich nicht, das ist mir zu, da gibt es keinen menschlichen Kontakt, die Arbeit wird auch auf mich abgewälzt, gut, das ist noch ein anderes Element, das jetzt bei der KI nicht so sehr eine Rolle spielt, teilweise vielleicht auch, aber ich sage es mal, lasse ich mal außen vor, aber dass Leute einfach ablehnen, weil es ihnen doch lieber ist, eine menschliche Kassiererin vor sich zu haben, als so ein Automat. Das ist schon auch etwas Unkalkulierbares, das ist dieses Element, wo ich sage, ob wir das annehmen und dann machen, vielleicht sind wir von diesen Dingen in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder ich weiß nicht, waren so genervt, dass wir sagen, nee, wir haben wieder eine Retroentwicklung, sagen, das wollen wir weg, Effizienz hin oder her, möglich ist das, also zumindest in einzelnen Bereichen, das zum Beispiel, um den ich selber, in fünf Jahren kein Mensch mehr KI-Kunst malt, weil alle festgestellt haben, okay, es ist im Prinzip alles gemalt oder gemacht worden mit KI und das ist nicht mehr interessant genug, das ist mir absolut vorstellbar. Umgekehrt ist ein Argument, dass dieser Typ aus einem Video, ich hoffe, ich denke daran, das zu verlinken, gesagt hat, wir sind schon längst an einem Zeitpunkt in der Wissenschaft, hat er gesagt, ich würde sagen, auch in der Kunst, in dem eigentlich im Einzelnen man nichts Genuin Neues mehr machen. kann. Das heißt, es ist, man bringt eine neue wissenschaftliche These oder eine neue übers Programmieren und es ist eigentlich, es sind so viele damit beschäftigt in der Welt, damit, dass die Wahrscheinlichkeit auch immer kleiner wird, schon dadurch, dass sehr viele menschliche Intelligenzen damit beschäftigt sind. und ich möchte das auf die Malerei ausdehnen, also gerade die digitale Malerei. Wenn ich jetzt auf DeviantArt gebe, da gibt es ja viele Gegner von KI-Kunst oder KI-Malerei und ich kann das sagen aus der Zeit, das ist ja jetzt erst seit ungefähr einem Jahr wirklich mächtig aufgekommen, aber davor, wenn ich sehe, da sind jeden Tag, ich weiß nicht auch, 10.000 oder was Bilder hochgeladen worden, normal digital gemalt, also mit Hand und trotzdem, natürlich ist es vielfach ein Bild, auch wenn es um Nuancen ist, neu, aber ich glaube den Punkt, dass es kein wirklich neues Bild mehr gibt in der digitalen Malerei, die wie gesagt, ich meine damit manuell auf Grafik, Tablett oder Grafik, Monitor, wenn man auf DeviantArt vor ein oder zwei Jahren geguckt hat, ist eigentlich mehr oder weniger jedes mögliche Bild schon mal von jemand gemalt worden. Wir wissen es dann nur nicht. Also weiß ich nicht, Drachen, der über eine Fantasy-Landschaft fliegt oder weiß ich nicht, ein Küken, das ein Astronaut ist oder egal, was immer ihr euch vorstellen könnt oder auch Dinge, die ihr euch nicht vorstellen könnt, es ist im Prinzip durch die Menge der Leute, die heute digital malen, an sich im Großen und Ganzen alles schon mal gemalt worden. Wahrscheinlich. Ich lasse mich gern belehren, dass es noch Nischen gibt, aber ich möchte sagen, der größte Teil dessen, was malbar ist, ist, ist gemalt worden. Und was da kommt, ist jetzt nur noch, auch ohne KI, nur noch redundante Wiederholung dessen, was andere schon mal gemalt haben. Die wissen das natürlich nicht, aber die Bereiche, in denen wir denken, malen, Texte schreiben, ob Geschichten oder wissenschaftlich, hat ja bestimmte Grenzen, gerade im Bereich von Kunst und Kultur. Natürlich kann man eine zufällige Aneinanderreihung von Worten als Gedicht publizieren, aber das liest ja kein Mensch oder vernachlässigbar. Das heißt, die Sachen, die wir schön und interessant finden, ist relativ begrenzt. Das heißt, die hat irgendwo ein Limit. Und wenn jetzt heute, ich weiß nicht, es gibt heute Millionen und Abermillionen und Leute, die als Hobby malen und von diesen mit sicherlich auch, ich möchte sagen, Millionen, die es auf sehr gutem bis professionellen Level können. Ja, wenn die jede paar Tage ein Bild malen, seit, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder weiß ich wie lange, bis 15 Jahren oder was es jetzt Divient Art gibt, könnt ihr euch selber ausrechnen, dass das meiste eigentlich schon mal gemalt sein wird in irgendeiner Weise, was man heute malt. Den wievielten Fantasy-Elbenprinz, den wievielten Prinzessin mit Drallem Busen, die wievielten Krieger Darstellungen von, weiß ich nicht, futuristischen Dystopia, die wievielte Darstellung von, was immer euch ausdenken wollt, Familien-Idyll, schöne Landschaft mit Häusern, alles, wieviel davon ist im Prinzip nicht schon in tausend Versionen gemalt und unterscheidet sich nur noch ums Marginale von dem, was schon hunderttausendfach von anderen gemalt worden ist. Bei Texten, was Schriftstellerisches betrifft, wage ich mich nicht so weit aus dem Fenster, weil ich da auch nicht zu drin bin. Aber das sind also Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind, wo ich sage, ja, ist das so dramatisch? Da müssen wir sagen, im Prinzip wissen wir es nicht. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass es einen Bruchpunkt gibt. Selbst wenn wir es abwerfen werden wieder und in zehn Jahren sagen, okay, das war sinnlos, ist, es fühlt sich nicht als Bereicherung an, aus welchen Gründen auch immer, wir lassen KI hinter uns, selbst dann ist es so, weil dann haben wir uns damit befasst, mit diesem, mit dieser wirklich Novität der menschlichen Erfindungskraft und egal, ob wir es ablegen oder es Teil unseres normalen Lebens wird, danach wird nie wieder so sein, wie davor, weil auch wenn wir das Experiment abbrechen würden, würden wir es als Lernbestandteil unseres Kulturerlebens so wie die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die Welt danach ist nie wieder so unschuldig, sage ich mal, wie die davor, weil wir wissen, was mit dem Menschen machbar ist. Das ist, dadurch ist die Geschichte danach nicht mehr, hat nicht mehr diese Unschuld, die sie davor hatte, weil wir wissen, was massenweise Menschen zu machen ist, zu was sie zu bringen sind. Das wissen wir. Und das war vorher nicht das globale Alltagsbewusstsein der Menschheit, weil es einfach nie da war. Und auch die Vernetzung des Wissens, die früher, wenn früher schlimme Dinge wie Genghis Khan oder weiß ich nicht, Kaiser, wie heißt der, Chi oder Ki, der erste Kaiser Chinas, wo auch viele Leute umgebracht worden sind, das war nie so, das wurde nicht so Weltenwissen, weil es hat sich lange vor uns ereignet an einer bestimmten Region, da sind wir dann auch nicht so mit dran verbunden. Aber seit der Verknüpfung ist, was sich ereignet, in diesem Maße immer schon dann auch Weltenwissen, das heißt Wissen, Menschheitswissen, Menschheitsinformationen. Tja, aber abschließend, ich habe es auch vorhin in der Diskussion gesagt, ist für mich, die kann ich als spiritueller Mensch, um das abzuschließen, auch nur sagen, es ist wie alles, was der Menschheit widerfährt, ob auf kleinem regionalen Level oder heute auf Menschheitslevel, es ist eine Prüfung an die Menschheit. So. Und diese Prüfung werden wir Menschen entweder bestehen oder das Rad des Karmas, des Darmas, des Schicksals, wie immer man es nennen will, wird sich weiter drehen und wir werden die Lektion wieder und wieder um die Ohren geknallt bekommen, also bis wir sie lernen. also das ist, davon hält uns nichts ab, also wir haben immer neue Lernstufen in dem Maße, in dem wir auch einfach neue Dinge erfinden oder neue Systeme erschaffen, also weiß ich, neue Religionen in unsere Welt kommen, also alles, was uns widerfährt, ist ein Test an unseren Charakter, unsere Weisheit und wenn wir scheitern, ja gut, dann wird es uns halt 20 mal, 200 mal, 2000 mal oder 20 Millionen mal als Menschheit wieder und wieder um die Ohren geknallt, bis wir die verfickte Lektion lernen, dem können wir nicht entkommen, also das ist auch, selbst wenn wir jetzt durch, sagen wir mal, die EU versucht ja solche Dinge mal gleich zu regulieren, wir haben das jetzt wieder, das ist, die Tube ist, die Pasta ist aus der Tube, das ist, man kann sich jetzt nicht in Europa einkesteln und sagen, wir in Europa, ja kann man tun, aber das ist Quatsch, dann machen es andere Länder, die diese moralischen Skrupel nicht haben und dann sind wir am Arsch und irgendwann haben wir eine Revolution, weil wir hier alle verhungern oder nicht alles hier zusammenbricht, weil wir den Anschluss verloren haben, das ist eine ganz einfache Faktizität, KI ist jetzt da, sie wird nur verschwinden, wenn wir feststellen, sie ist uns, sie interessiert uns nicht oder sie macht das Leben in einer Weise, die wir nicht interessant und lebenswert finden, das ist, weiß ich, so wie man mal Monarchie hinter sich gelassen hat, als man feststellte, okay, so richtig zufrieden sind wir damit nicht, dass ein einzelner Mann oder eine einzelne Frau über uns regiert, was nicht ausschließt, dass Leute, dass das Leute vielleicht durch eine dumme Idee sich das wieder bieten lassen, aber so, es gibt einfach Lernerfahrungen, wo man sagt, so, eine Einzelperson ist einfach nicht klug genug, um allmächtig und unbeschränkte Vollmachten über ein ganzes Volk zu haben. Und wenn man die Lektion dann wieder vergisst oder verdrängt in der nächsten Generation, tja, dann müssen wir halt durch wir oder je nachdem welche Größe die Deutschen oder Europäer oder der Westen oder eben wie gesagt die Welt, je nachdem welche Entität, welchen Bereich das trifft, müssen die Menschen halt wieder durch Schmerz lernen und sagen, okay, gut, dann gehen wir wieder durch die Mühle bis die Lektion gesessen hat. Das ist einfach das Fatum. Das ist das Unerbittliche des Lärmkreises dieses Planeten. Oder bis wir uns in die Luft jagen und dann ist das die letzte Chance gewesen. Also ein bisschen melodramatisch vielleicht, aber so. Also das heißt, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ich bin gegen KI in dem Sinne von wir schaffen das ab. Weil es wird genug Länder geben, die das nicht abschaffen. Wenn das etwas Erfolgreiches ist, was mir im Moment so scheint, was sehr viel Profite generieren kann. Die Frage ist dann nur, wie wird das verteilt? Das ist nochmal eine andere Frage. Aber deswegen ist es nicht wegzusperren. Und die Frage, die wir uns sehr viel mehr stellen müssten, ist, wer hat Macht darüber, was die KI sagt? Aber wie will man das lösen? Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Problem, ich glaube sogar zwischen JetGPT OpenAI einerseits und der Europäischen Union. Die Europäische Union versucht, das einzugrenzen, um zu sagen, ja, da muss Kontrolle herrschen, das ist das berühmte Argument, keine Fake News kommen. Aber who watches the Watchmen? Wer überwacht die Wächter? Oder anders gefragt, wem vertrauen wir eher, den Chefs von OpenAI oder den Führern der Europäischen Union? Das ist ja eine ganz einfache Vertrauensfrage erstmal, denn wir, also ich und alle, die hier zuhören, wir werden nie an dem Schalter sitzen, der die KI kontrolliert, der das überprüft. Wir werden selbst, wenn alles offengelegt ist, rein zeitmäßig nie in der Situation sein, uns ein wirklich realistisches Bild davon zu machen. Das ist ja schon bei vorigen Krisen nicht wirklich möglich gewesen. Also nehmen wir mal die Corona-Krise. Das war ja auch schon eine Glaubensfrage, Glaubt man dem Experten oder den? Und ich weiß, dass das sehr viele nicht hören wollen, dieses, das sei Glaubensfrage, weil die mir sagen, ja, das sind doch Argumente. Aber den können wir nicht überprüfen, wir waren bei keinem dieser Experimente dabei. Natürlich ist das Glauben. Und ich verweise nur zum 150. Male auf dieses Buch Ulrich Beck, die Risikogesellschaft, 1986 im Jahr von Tschernobyl geschrieben. Und da ist alles vorweggekommen. Wir geben in eine Gesellschaft, die so komplex ist, dass sie wieder religiöse Züge annimmt. In der Weise, da wir Experten haben wie Priester, die uns die letzte Antwort geben, was es war. Und wir die Priester fragen müssen, nur dass das in diesem Fall Physiker, KI-Experten, was ihr wollt. So. Weil wir es nicht alles wissen können. Wir können nicht gleichzeitig Meister in allen Bereichen der Physik sein, was nicht mal ein Physiker heute noch kann. In allen Bereichen der Biologie, der Chemie, der Psychologie, was ihr wollt, der Geschichte noch und so weiter. Das kann kein Mensch. Das heißt, es ist irgendwo ein Endpunkt. Wir haben, wir können keine Renaissance Man mehr sein. Renaissance Man, das ist so ein Begriff im Englischen für einen, von dem man sagt, der alles zu seiner Zeit Wissbare wusste. Wenn man so oft sagt, Leonardo sei vielleicht so einer gewesen. Also der alles, was damals bekannt war, wissenschaftlich, wusste. Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt so viel Wissbares, kein einzelner Mensch kann das alles lernen. Auch von der Kürze unseres Lebens her nicht. Und das nimmt ja weiter zu. Das heißt, wir sind in zunehmendem Maße blind darauf angewiesen, wer ist dem Experte, dem wir vertrauen. Denn wie gesagt, wir sitzen, wenn Leute da Petrischalen-Experimente mit, weiß ich nicht, Virenstämmen machen. Ja gut, selbst wenn das vor mir gemacht würde, würde ich mir das nicht sagen. Ich sehe, da wird eine Schale grün, da wird eine Schale rot. Ja, was das bedeutet, kann der mir sagen. Aber das ist so sehr, wie wenn mir mir sagt, Jesus ist mein Erlöser, da kann ich es glauben oder es lassen. Und das wollen viele Leute einfach nicht wahrhaben, weil sie sagen, ja, aber es muss doch die letzte Wahrheit geben und sie klammern sich auch so daran. Sie wollen den Abyss der Ungewissheit einfach nicht wahrhaben. Ich kann das menschlich verstehen. aber das ist die wesentliche Realität und darauf hat ein Ulrich Beck schon vor mittlerweile über vier Jahrzehnten darauf hingewiesen, ein Komplexitätslevel durch die moderne Gesellschaft und die moderne Technologie, die Möglichkeiten der Wissenschaft, da der Einzelne nicht mehr alles wirklich nachvollziehen kann, im Gegensatz zu einer Gesellschaft von, weiß ich nicht, zwei, drei, vierhundert Jahren, wo es einem Einzelnen, wie Leonardo noch möglich war, alles wissenschaftlich damals gewusste, selbst auch zu kennen. Und das unterminiert ja auch unsere Vorstellung von Selbstbestimmtheit, von was immer das bedeutet, Demokratie. Denn wir haben hier im zunehmenden Maße eine auch für die Experten unsteuerbare Realität. Also ich meine, selbst wenn man Boswilligkeit, Manipulation und so weiter einrechnet, wenn wir große Ereignisse haben oder große Entwicklungssprünge wie jetzt bei KI oder seinerzeit bei Corona oder bei egal welcher Frage, die da, ich sage mal, naturwissenschaftlicher Art ist, um in eher gesicherten Bereichen zu bleiben, ja, da werden nicht alle unterschiedliche Meinungen haben aus Grund von Boshaftigkeit, sondern weil einfach Wissenschaftler selbst im naturwissenschaftlichen Bereich zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen und eben nicht am Schluss einig sind. So wie das, ich sage mal, so sich laienhaft die Leute Wissenschaft vorstellen. Als alle Biologen kommen zusammen und am Schluss kommt ein Konsens heraus. So funktioniert Wissenschaft nicht, hat es auch noch nie funktioniert und wird es auch noch nie. Und zwar umso mehr, je komplexer es wird. Und eine der großen moralischen Streitfragen über KI in der Zukunft wird einfach sein, ist das eine Person? Das haben wir ja, wer als altes Star Trek Next Generation noch Commander Data kennt, da gab es in einer der Episoden eine Frage, ist Data eine Person, die Recht hat oder ist der nur eine Maschine? Und was, woran wollen wir das festmachen? Und das wird sicherlich in einer, sagen wir mal, nicht direkten, aber etwas weiteren Zukunft eine ganz entscheidende moralische, philosophische Frage. Und es ist eine Frage, wo uns Physiker auch nur relativ begrenzt Antworten geben können. Denn wie beweist man, dass wir bewusst sind? Wie beweist man, dass ich echt bin? Dass ich mehr bin, als nur ein Ablaufen von Prozessen? Die Setzung von Menschenrechte war ja eine willkürliche Setzung, so sehr ich hinter ihr stehe. Sie war eine völlig willkürliche Setzung. Ich finde sie richtig und gut, aber die Willkür dabei ist wichtig zu beachten. Und dass es jede Moral ist letztlich eine Art von Willkür. Wir können ohne sie nicht leben, weil wir sonst in einem hopsianischen Albtraum wären. Aber trotzdem muss uns Bewusstsein, es ist in letzter Konsequenz immer eine menschliche Setzung. Was nehmen wir an? Nehmen wir zum Beispiel Tierrechte. Da sind wir uns heute nicht einig, werden wir wahrscheinlich nie in letzter Konsequenz. Also ich glaube, allen versuchen zum Trotz wird sich Superveganismus nie durchsetzen. Ich glaube auch nicht, dass es gesund ist. Aber jenseits dessen, also das ist ja sehr, das ist ja auch relativ willkürlich, wenn man so sagt, Kühe essen wir, Katzen nicht. Oder Hunde. Das ist auch kulturell nochmal unterschiedlich, ist aber mal das beiseite gelassen. Da sehen wir schon, das ist, und ich möchte auch nicht auf mein Fleisch verzichten, ich sage es ganz ehrlich. Und das ist dann eine Frage der Willensentscheidung. Nehme ich eine Person, also etwas, das wie eine Person wirkt, nehmen wir an, wir erschaffen den perfekt Menschen aussehenden Körper zu dieser KI. Also wie Commander Data. Der ist so blass, damit man in Science Fiction noch sieht, okay, er ist Android. Aber ich bin mir sicher, man könnte das eines Tages auch so, dass es absolut Menschen echt aussieht. So, und das spricht dann wie ein Mensch. Also ihr kennt vielleicht dieses, da gab es so ein Computerspiel. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es nur das Demo mal gespielt, aber weil das so mit getimten Events war, habe ich es nicht gemocht. Detroit, irgendwas oder so. Und, ja, da ist die Frage, würden wir eine solche Person dann als Person wahrnehmen? Und das ist etwas, wo kein Mensch kann das sagen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich sage mal, eine private, ich möchte sogar so lutheranisch argumentieren, es ist dann wirklich eine private Gewissensentscheidung, die keiner abnehmen kann, die keine staatliche Gewalt uns vorschreiben könnte oder dürfte auch. Das ist etwas, wo der einzelne Mensch mit seinem Gewissen allein dasteht in der Frage. Wie stehe ich dazu? Da bin ich dann wirklich, sagen wir mal, protestantisch, libertär, liberal, nämlich sage, okay, das Denken des Einzelnen, des Individuums muss hier Maßstab sein. Es kann nicht sein, dass in letzter Konsequent ein Staat darüber befindet, wenn wir vor dieser Frage eines Tages stehen. Also das würde, obwohl das vielleicht passiert oder vielleicht sogar wahrscheinlich passiert, wäre es für mich keine Lösung, die ich für die Ideale halten würde. So wie es auch in den frühen Star Trek-Folgen eine Dr. Pulaski gibt, die Data nicht für eine Person hält, als persönliche Gewissensentscheidung. Nun mögen wir umgekehrt sagen, ach, das ist ja niederträchtig, weil wir uns vielleicht in Commander Data hineindenken, was auch nicht schwierig ist, da er ja ein Liebling in dieser Serie war, also eine beliebte Figur. Aber diese Fragen, die anderes sind dann Fragen, denen wir uns stellen müssen als Menschheit auch. Gut, bevor ich jetzt hier zu sehr in Schwafeln komme, es tut mir leid, wenn ich zu technischen Dingen so wenig sagen kann. Ich kann nur ein bisschen philosophisch herummehren dann und wenn ich eine kleine Anmerkung noch sagen darf, das ist jetzt fast ein Adorno-Zitat, ich weiß, das wird jetzt manche verschrecken, aber ich finde es trotzdem wichtig. Man hüte sich vor Bescheidwissen. Er hat das damals auf den Nationalsozialismus gemünzt und ich denke durchaus mit Recht, denn als er aufkam, bevor er die Macht ergriff, da gab es auch viele Bescheidwisser, die ganz genau wussten, warum der Nationalsozialismus nie zur Macht kommen könnte und das waren hohe Experten und kluge gebildete Leute, das waren keine Idioten und doch haben sie sich geirrt oder ein anderes, vielleicht nicht so ganz heißes Beispiel, Sebastian Hafner hat noch 1986 ein Buch geschrieben über deutsche Geschichte, in dem er am Schluss feststellte, wie gesagt 86, eine deutsche Wiedervereinigung wird es nie geben, weil sie würde den Dritten Weltkrieg in jedem Fall erzeugen und Sebastian Hafner gehörte damals mit Recht zu den angesehensten historischen Journalisten, die über Geschichte schreiben. Also gerade zum Thema deutscher Geschichte galt er als eine der Koryphäen und trotzdem hat er sich in drei Jahren als total danebenliegend genannt oder wenn man denke an Francis Fukuyama von Ende der Geschichte, okay, das ist jetzt ein bisschen billig, weil das war schon gut, obwohl es damals durchaus von vielen für wahr gehalten wurde. Also lasst euch nicht allzu sehr blenden, dass Leute tatsächlich auch eine Expertise haben. Guckt hier, ich habe Doktor gerade in Physik, Doktor gerade in Informatik, was muss ich? Die müssen deswegen nicht automatisch besser wissen, wie die Dinge sind, als wir, die wir keine Doktor gerade in solchen Dingen haben. Ich sage das nur, ohne dass ich jetzt die Experten dissen will. Man sei sich dessen bewusst, das ist keine Garantie, hütet euch vor allzu sehr großem Bescheidwissen, inklusive dem meinen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht und ich wünsche euch ein angenehmes, verlängertes Wochenende. Bleibt mir, wie ich hoffe, gewogen.